Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Alte Survival mit dabei, die Nancy. Hi. Herr Blaze. Hallo. Und der Outsider in Purgos. Grüezi wohl. Grüezi, Outsider. Ja, wir sitzen hier immer noch vor der Outsider-Stadt, genau, im Survivor City sitzen wir. Und mit eingepackt haben wir uns heute in den Herr Blaze, da haben wir jetzt ein bisschen ausgestattet, aber Klamotten hat es halt nicht mehr dafür gereicht, weil wir waren natürlich so eine sexy-ass sehen hier in der Aufnahme. Natürlich. Aber das haben wir so, die Nancy will jetzt sehen, ja, ist ja logisch. Natürlich. Und, ähm, ja, Survivor City ist ein Event hier auf diesem Server, und zwar sind da drin 20 NPCs, die einen Strider, den einzigen auf der ganzen Map, in der Stadt, ja, gebunkert haben, und den wollen wir uns schnappen. Und das heißt, da geht es jetzt erstmal rein, und da wird jetzt erstmal gemetzelt. Und wir sind jetzt alle ausgerüstet, können schießen, und jetzt hoffen wir doch einfach mal, dass wir das irgendwie hinbekommen. Nancy, da drüben ist es eine Sprite. Kannst du mal ein Stück weggehen? Ich komme ja nicht mehr aus der Tür raus. Ja, ich habe die Sprite nicht aufgehoben bekommen, also. Alles klar, Windows-Taste, kein Problem, macht der Ralf. Ja, das macht es. Ähm, diese, das Loot, das hier so rumliegt, ähm, Blaze, falls du es gerade gesehen hast, ähm, mit Windows das da aufnehmen. Einfach mit dem Fadenkreuz drauf, und dann sind die im Z-Inventar. Also bei mir sieht man gerade, wie der Mr. Sven mich nochmal anschreibt, sorry nochmal, also, ich weiß nicht, äh, ich... Nur zur Info, bevor wir aufgenommen haben, hat, hat, äh, aber der Outsider von wildfremden Leuten erschossen, wiederbelebt und mit Ausrüstung vorgestopft, also. Nur, dass ihr versteht, was du da gerade erzählt. Ich habe jetzt der MK200. Ja. Ich habe jetzt der MK200. Es ist, äh... Ah, du rennst schon vor, ich füge gerade durch, äh, das Tor. Nee, ich sitze hier noch an der Seite und passt bloß auf, also, wenn ihr, ähm, nicht da hoch gameplay ist, das ist saugefährlich. Der Baum verhindert dich vom runterlaufen, dann musst du ja springen. Ach du Schande. Ja. Okay, mein Glück, Beine brechen. Ja, Nancy, was ist das für ein Gewehr nochmal, bitte? Ich habe ein MX. Okay. Oh, Scheiße. Okay, bei Sichtkontakt wird sofort geschossen, hier wird nicht lange gefackelt, ne? Ja, so zwei, drei Infos vorher noch geben, das wäre ganz cool. Also, wir wollen das machen. Wollen wir das machen? Wollen wir das machen? Wollen wir wieder außen rumlaufen, oder? Nein. Willst du direkt reingehen? Wir haben kein Auto, wo wir über die Mauern gucken können, deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, außen rumzulaufen. Ja, wir stürmen. Okay, I'm scared. Okay, wir laufen jetzt zusammen rein, Nancy, ja? Blaise, du bist hinter mir, okay? Natürlich. Ähm, du siehst du jetzt nach rechts, Nancy, ich nach links, und wir treffen uns da vorne hinter dem Strotthaufen von Autos, okay? Könntest du mit an die Straße kommen und dich dann mal da rauskommen, wo du dich gerade versteckst? Reißt du von mir, oder was? Ja, alles klar. Gehen wir los, okay? Los. Okay. Ja, Nancy, mitkommen, wenn wir nicht schlecht... Ja, ich lauf da schon. Hm, seh ich schon. Ich muss dir nicht mehr so einen Stress setzen, bitte. Wow. Daut. Wo war der? The fuck? Weiß ich nicht, ich bin auf jeden Fall daut. Links von den Autos. Also ein Stückchen weiter hinten. Ach du Scheiße. Ja, ich seh ne. Eins, zwei, so ich Kontakt zu zweien. Ah, das ist auch Quatsch. Jetzt ist Ralf schon tot. Das kann man nichts machen, ne? Das ist ein guter Start in die Folge auf jeden Fall. Wer mit zusammen losgegangen ist... Das ist ja geil, dann wart ich ja. Ja, ne, geht rein, ich muss da looten. Macht die fertig und ich muss meine Leiche looten. Habt ihr den abgelehnt? Ja, das bin ich. Ich bin ja, nein, will ich nicht. Ich bin genau neben euch. Bitte. Okay, da sind lauter Gegner. Passt auf, da hinten die Straße runter. Ich bin da rechts rumgegangen. Ja, ja, ich komm auch, weil das ist jetzt Quatsch. Wieso? Lass es mal reinfahren und ich gucke hier mal über die... Passt, ne? Einer down, da ist aber noch einer. Okay, alles klar. Weiter down. Ähm, und zwar von rechts kommt einer, von rechts kommt einer. Da sind noch mehrere. Einer ist da hinten rumgekrochen. Ich bleib mal vorne an der Straße, okay? Da kommen drei, äh, kommen mindestens drei jetzt. Kann sein, dass da durch das Haus kommt. Also das ist ja mal der krasseste Respawn, den ich je hatte hier auf diesem Server. So, dann gehen wir mal hier rechts rüber. Da sehen wir sie ein bisschen besser. Okay, Ralf, ähm, in die Richtung gut läuft es, mindestens vier Leute. Hm, okay, danke. Ich schaue die Straße noch runter, ich sehe da nur einen. Ja, die griechischen, die hinten so ein bisschen im, im Feld rum. Ich überlege jetzt gerade, wo ich hingehe. Der Typ, der mich abgeknallt hat, ey, Respekt an die CPU hier. Aber gut, ich bin da ziemlich bescheuert im Grunde umgelegen. Meine Klamotten habt ihr mitgenommen oder waren die einfach, sind die weg? Äh, pass auf, da sind welche, ne? Äh, ich weiß, ich muss bloß mal schnell eine andere, wo sie finden. Und zwar von hier aus, wo ich jetzt stehe, Ralf, sehe ich eins, zwei, drei, vier, heilige Kaka. Ich habe nichts mitgenommen, oder, von meinen Sachen? Fünf. Nein. Okay. Also ich nicht. Haben wir keine Handgranate oder sowas? Ich glaube, einen habe ich erwischt. Zwei down. Nice. Weiter so nennt sie. Drei down. Oh, mein Herz. Ja, geh mal in das Haus rein, wo du stehst. Okay. Okay, links ist keiner. Vier down, fünf down. Nancy, wie du abgehst, ey. Das ist die Rache der Nancy. Okay, jetzt ist er down. Oh mein Gott. Was? Der hat eine Cypher. Wie der mich verarscht. Ich habe es nicht gehört. Boom. Oh, nie. Oh, lol, lol. Das war's. Ist der im Haus hier dran? Ich habe keine Ahnung, wo der hergekommen ist. Der müsste hinter dem Haus sein. Wahrscheinlich hinter mir irgendwo. Nancy ist down, ne? Oh mein Gott. Konnte ich nicht verhindern, ich habe mich gesehen. Nancy ist richtig weit weg. Da ist er. Okay. Der ist da durchgelaufen. Ja, ja, hol dir die Waffe, wenn du kannst. Oder den Ruckstack. Der ist durch, durch die Mauer oder was? Durchgepackt. Könnt ihr, könnt ihr mich wiederbeleben oder sowas? Weiß ich nicht. Kannst du da mal hingehen? Ich sag, wo ich die Waffe reingehen kann. Oh, Moment. Okay. Wenn ein Outsider irgendwie wiederbelebt worden ist. Auch mal da. Ja, mal gucken. Vielleicht finde ich noch irgendwas. Hm, ich kann nur ins Inventar. Okay, dann respawn ich mal gucken, wo ich. Oh Mann. Man kann nur random respawn. Ich habe nicht mal eine Map. Ah, klar. Kriegst du denn einen, der kriegt den noch? Hm, ich kriege noch zwei die da kriegen. Okay, warum treffe ich die denn nicht? Hm. Okay, die beiden Niederkriegen sind down. Naja, ein Stück gut. Okay, shit. Was tut das? Wow, 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 wow. Der war direkt hier am Zaun. Ja, nice. Ich versuche den mal zu looten. Aber die Waffe ist ein bisschen heftig, ne? Einfach mal den Zaun umgeschossen. Der ist wie Pircross, ich bin mir nicht sicher. Der zerfalle auf der Straße oder was? Auf der Straße sind auch noch welche, okay. Naja, die Gegner sind noch genug da, also. Die Gegner sind genug da, da muss ich aufpassen. Denken an die Sniper, an die große. Na, ich habe Nancys Kohle mal mitgenommen. Naja, schlecht war es nicht. Ich habe auf jeden Fall ein paar Leute gekillt, bevor ich gestorben bin. Ja, schade nur, dass du nicht hier genauso wie ich, wie er den Lucky Respawn hat. Das Dachter-Helikopter, sofort ein Gebäude rein am besten. Ja, bin drin. Weil die schießen aus dem Heli runter, ohne Frust wieder Verluste. Warte mal. Ich bin in Telos, wo ist denn das? Oh, ganz im Norden. Ganz im Norden? Ernsthaft, soll ich mich nochmal killen? Ja, wie du willst, meint sie. Ich bin gar nicht, wie man sich am besten hier killt. Ah, ich gehe mal auf die Baustelle. Ähm, einfach auf Escape und Respawn. Geht das? Oh Gott, ernsthaft. Oh Mann, warum sagst du das nicht gleich? Ich habe noch einen down. Nice, ich komme zu dir. Wir waren auf der Straße, hat zwar rumgebackt wie Sau, aber ich gehe auch mal auf die Straße. Das Einzige, was wir brauchen, ist den Strider, dann haben wir hier wieder ab, ne? Wir brauchen nur den Strider. Und noch eine Sache, es gibt hier MG-Schützen in den Häusern. Genau, genau, ihr müsst auch aufpassen, das ist ein Meer vergessen. Ja, die stehen meistens auf dem Balkon oben drauf. Ich laufe hier mal rüber auf die andere Straße, auf die andere Seite, Entschuldigung, auf dem Zaun. Oh Mann. Also ich habe nur 20 Schuss, what the fuck? Ich habe für dich so ein Bauch, glaube ich, nur noch drei. Oh, ich darf einmal noch 20 Schuss. Oh, 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 da sehe ich einen. Da ist gut. MG-Schütze oder so. Hast du ihn? Ist down, ja. Nice. Ich gehe weiter vor wieder. Ich dachte mir, da oben steht doch irgendwas drauf, ne? Ah, ich bin ein Heli, bei mir in der Nähe. Okay, auf der Straße, ob ich ein. Zwei. Ah, down. Shit, jetzt bin ich auch down. Scheiße. Wow, 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 wow. So langsam, so langsam. Oh, keinen Schuss mehr für die Waffe. Der Arme Blaze. Jetzt muss ich dir von irgendwoher noch eine Waffe holen. Ich habe meine Alte noch im Rucksack gehabt. Deine Alters und noch im Rucksack. Ja, genau. So wie das jeder mal macht heutzutage. Waffe. Wie machst du das? Vierteilen oder zerstücken? Natürlich bringst du die rein. Zerlegst du einfach die Waffen. Das habe ich aus dem Waffenmagazin gemacht. Ach so, natürlich. Keine in den Rucksack packen, ne? Schade, okay. Ja. Zehn Schuss noch für die Waffe, okay. Auf der Straße, die zwei sind down. Also wenn du Glück hast und das noch irgendwie hinkriegst, dann den Strider suchen. Für einen Heli? Ja, du bist leider sehr weit weg, Nancy. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das bringt gerade keinem. Das Ding ist, ich kann nicht mal gucken, wo genau ich bin, weil ich ja keine Map habe, weiß ich. Ich habe auch nichts mehr, ich bin auch nackt. Ich bin auch am Arsch der Welt gespawnt. So, zu Glück ist neben mir ein Militärturm. Blaze, good luck, man. Wenn du einen Strider findest, hast du das Ziel erreicht. Wenn nicht, dann war das Survivor City für uns heute. Macht nichts, wir haben es probiert, weiß ich. Ja, aber krass. Also wirklich der luckyste Respawn war wirklich gerade im Einer. Oh, der fällt nicht um. Gestorben, respawn direkt davor. Ja, das ist eigentlich schon fast zu viel. Ich bräuchte eine Waffe, ich habe keine Muni mehr. Viel Glück, man, ohne Scheiß. Ich bin auf dem Weg. Ah, stimmt, der Tautor ist auch noch, äh, Tautor ist auch schon, der Outsider ist auch noch am Start. Die Frage ist halt, ähm, Serverary Start, ne? Ja. Ah, ja, stimmt. Ein bisschen Zeitdruck. Zehn Minuten, zehn Minuten. Das hatten wir beim letzten Mal aber auch so, bevor wir in das Survivor City sind. Ja, ich bräuchte ja irgendwo eine Leiche, die ich looten könnte. Ach ja, wenn du auf der Straße meine Leiche da doch nie siehst. Ich bin direkt gestorben vor so einer Garage. Wäre saukool, wenn du hingehst und mit der Windows-Taste das Geld mit nimmst. Das sind fast 40.000. Das ist die ganze Kohle, die wir in mehreren Folgen zusammengesammelt haben. Und das ist richtig, richtig viel. Irgendwo. Geht auch hier noch. Sammelt man eigentlich Geld? Mit der Windows-Taste. Ja. Also. Generell, wie bekommt man Geld? In dem Spiel. In dem du Waffen bei Händlern verkaufst. Oder Gegenstände. Okay. Wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, vor dem Survivor restart nochmal die Straße zu gehen, in der Garage, wo ich gestorben bin und das Geld mitzunehmen, wäre sehr wichtig, man. Das sind locker 40.000 gewesen. Und das ist wirklich viel Geld. Oh, scheiße. Ich sehe es für deine Waffe, aber nicht das Geld. Da ist nur ein Rucksack. Oh, nice. Ich bin gestorben. Ups. Das wollte ich nicht. Ja, ein Rucksack, die auch in der Garage. War schon weiter vorne am Ausgang, müsste meine Waffe liegen. Und die Kohle irgendwo. Das wäre auch krass, wenn die Kohle weg wäre. Aber gut, so ist es halt. Ja, das könnten wir dann auch nicht ändern. Du hast da drüben gerade einen gesehen. Ist der schon wieder weitergegangen? Ist irgendwie so ein Grenzposten oder irgend sowas. Ja, der ist aber schon immer da, nennt sie. Oh, warum ist denn da? Ist das ein Zombie? Das sind überall Zombies. Hast du das Spiel noch nie gespielt? Verdammt die Scheiße. Da läuft es so straight auf mich zu. Geh weg. Bin ne Frau. Ja klar, jetzt kommt auch noch der Heli. Ah, guck mal, wer ist denn da vorne? Nancy, drehe ich mal um. Was? Bin ich das? Hä? In deiner Nähe ein Sechzeck. Äh, weiß ich nicht. Du bist auf jeden Fall in der Stadt richtig? Äh, ich bin in der Stadt, ja. Ich bin gerade durch den Posten durch, durch die Schranken. Okay, alles klar. Was nehmen dir Militärturm, so ein Grüner? Äh, ne, ich bin direkt am Grenzposten. Ich weiß jetzt nicht, ob hier ein Turm ist. Ich hab keinen gesehen, bis jetzt. Komisch, dann bist du hinter dem Berg, alles klar. Hinter dem Berg wahrscheinlich, ja. Wo ist der nächste NPC oder wo ist der? Wow! Was hat er damit geschossen? Ich hab auf jeden Fall eine Karte gefunden. Kohle schon bekommen, Place? Wohle? Hm. Welche? Ja, die von mir, die da lagst, schon sammeln können, das Geld. Oh. Äh, ne, das war nicht mehr da. Da war nur der Rucksack und die Waffe gelegen. Oh fuck ey, 40.000 für den Hintern, ey. Oh, ist der da oben am Balkon oder? Na klar, ein MG-Schütze. Fuh! Nein! Oh Gott. Da war die Wand weg. Da war die Wand weg. Oh, ich wollte den durchs Haus töten, aber ich wusste nicht, dass vorne das Haus halb weggesprengt war. Das ist echt krass, die Silver City, ne? Das ist echt krass. Ja, das ist ein Heli. Schade. Ja, echt schade, ne? Aber ich hab den Strider auch nicht gesehen. Ich mein, der sollte irgendwo da rumstehen, aber ich hab ihn nicht gesehen. Ne, ich hab auch keinen gesehen. Ich hab extra geguckt. Ja, sonst wär ich einfach nur hingestiegen und losgefahren. Das wär mir völlig egal gewesen. Ich bin keinem mehr gekämpft. Wir haben nur einen Strider geholt. Gasflasche. Okay. Alle sind echt gut, äh, geschützter, muss man wirklich sagen. Und jemand mit denen, die schützen, ne? Oh Gott, wo bin ich? Ja, das wird jetzt auf jeden Fall das größte Adventure. Wo sind wir überhaupt alle? Und Loot finden. Also ich bin... Das Schöne ist, ich kann man leben noch. Aber ich bin, denke ich, ziemlich im Norden, ne? Weil bis zum letzten Wegpunkt sind es 14 Kilometer. Okay. Okay. Ja, ähm, der Outsider, der noch da ist, der kann ja nochmal sein Glück versuchen, dann einfach in der nächsten Folge. Aber ich würde dir raten, das Bild ist nach dem Survey Start, äh, spawnen die KIs alle neu. Oh mein Gott. Super, ich hab wieder eine Titanen-Panzerabwehr-Rakete gefunden. Aber kein Rucksack. Bist du in einem, in so einem, in so einem zweistöckigen Haus? Was, ich? Ja? Ja, ich bin in einem Turm, in einem Militärturm am Arsch der Welt. Achso. Aber du müsstest das Sex-Eck eigentlich sehen können, wenn, also, weißt du? Ja, tut er auch, ich bin ganz weit weg von ihm, das weiß ich. Das... Ich hab mich jetzt nur irritiert, warum er gefahrt hat, ob er mich sehen kann oder so. Aber ich bin tot, ja, ich bin nicht in der Nähe. Aber das sind, das sind auch mehr wie 20 NPCs, oder? Ich bin bei Carty-Lea. Können auch 25 sein. Oh, Zombie, der hat mich angeschlagen. Blute. Hey, was ist da los? Geh weg. Ich bin jetzt erschrocken. Was ist denn vor mir? Ich glaube, ich sterbe. Nee, ist nicht wahr, oder? Ja. Du bist nicht mehr auf drei, fünf Minuten durch die Gegend zu laufen, ohne zu sterben. Ist auch nicht mehr schön. Ich bin gerade vom Turm runtergesprungen, was soll ich sagen? Und gestorben. Ralf, du wolltest nicht mehr, gibst zu. Ja, bei mir war... Das waren zwei Zombies vor mir auf der Treppe gestanden und ich wusste nicht, wie ich da runter sollte. Bin ich einfach gesprungen und dann war ich tot. Nein, Zombies, ihr fress mich nicht. Vorher springe ich in den Tod. Ja gut, die haben mich danach halt gefressen, ne? Oh, cool, die... Das Essen hat sich selbst umgebracht. Dann kriegst du es ja nicht mehr mit. Ja, stimmt auch wieder. Oh Gott, jetzt fängt das wieder an. Du suchen, ey. Outsider? Ja? Wie ist ihr Status? 3,9 Kilometer vor der Survivor City mit einer MK200. Top ausgerüstet und am Joggen. Alles klar. Ich bin ja beschossen. Geht's noch? Pass auf, gleich gehörst du auch zur Sekte der ermordeten, dann wiederbelegten mit einer MK200. Das ist eine tolle Sekte. Das ist eine scheiß Sekte. Ja, und bevor wir völlig draufgehen und durchdrehen wegen der Sekte und was auch passiert ist, Survivor City habt ihr gesehen, auf jeden Fall ein Besuch wert, ja, freundliche Leute. Und man muss sich halt ein bisschen durchkämpfen, aber ist ja logisch, ne? Survival und Zombie und so. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Alters Survival und dann sind wir wieder dabei, ganz viel Loot zu looten, weil wir haben alle ja nichts mehr. Außer natürlich Outsider. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.